wieder nutzen dann hast du Öl nach einer Zeit nicht geholfen ich glaub Jackpack gibt es nicht Och man schon wieder was er dir das scheiß ein Flugzeug ist ein Flugzeug gab es ich glaub da gab es ja nicht mal eins Wow Bullshit Dinger Halt die drei es ist ein auto hier irgendwo nein ich war ein auto nicht mal ein auto wenn ich ein bisschen laufe werde ich noch ein auto finden wenn das auch nicht weg ist es ist gut dass es keine jackpacks sieht weil das fand ich richtig schlecht jetzt wird es gewinnen die keine waffen hat wirklich jetzt jetzt gibt es ja auch richtig scheiße die niemanden im spiel haben muss aber rausgeschmissen das und das nicht niemanden Das war's. 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 Das war's.